hallo und herzlich willkommen bei der knatter crew herzlich willkommen bei den rasenden reportern bzw bei dem rasenden reporter und seiner gehilfin welchen tag haben wir heute immer noch zuziehen den ersten mai und wir haben euch ja gesagt wir fahren für euch extra noch mal am abend raus das ist ja auch schon fast 18 uhr und jetzt findet gerade eine sehr sehr große demo statt und ja deswegen sind wir auf dem weg nach kreuzberg und werden für euch das ganze versuchen zu filmen um es noch mal zu erwähnen man muss ja wie gesagt immer sicher gehen zu dokumentarischen zwecken wir wollen euch nur zeigen was sie so abgeht und wir teilen keine meinung von irgendwem der steine wirft oder sonst was wir sind nur da um euch zu zeigen was hier passiert es ist ja auch viele polizisten aus anderen bundesländern angereist also hoffen wir dass alle einen ruhigen dienst haben nicht verletzt werden also hier haben sie sich schon mal aufgestellt falls was passiert dann kommen die kollegen und fahren da einfach mal ran und machen radau okay wir dürfen anscheinend wieder hier lang fahren denn es ist nicht gesperrt so aber gegen die demo nicht lang doch die demo geht hier lang und dann endet am oranienplatz genau okay wir haben grün wir haben grünen freie fahrt let's go rasender reporter und carla columna ist hier unterwegs wir werden auf jeden fall nur in kreuzberg bleiben ja wir werden wirklich nur in kreuzberg bleiben und gucken was da so abgeht das ist ja nicht nur eine stelle das ist ja eigentlich ganz kreuzberg da eigentlich ja genau viele sind natürlich auch unterwegs um zu feiern es gibt auch sehr viel besoffene haben wir ja gerade eben auch gesehen wurde an der ampel von so einem besoffenen opa angesprochen wurde es mit dem bierchen in der hand hast du ja gesehen echt ja der ist doch vor dir so ist doch stehen geblieben hat der typ hat der ja stimmt bei dem kuss gegeben hast du das vergessen habe ich nicht vergessen hab's nur verdrängt ach so ich dachte er macht stress das gesperrt wie kommen wir da jetzt rein es ist einfach so voll hier unglaublich oder der kollege der uns gerade noch gesehen hat hat gesagt ist es gesperrt ja offensichtlich ist schwer zu ziehen da müssen wir jetzt umweg finden alter wollen wir fragen ob wir zu dokumentarischen zwecken einmal durch das ich kenne schleichwege du du zuzi 1 habe ich gelernt die polizei schwer zwar immer irgendwas ab aber die vergessen meistens immer eine stelle abzusperren dass man trotzdem irgendwie rauf kommt okay okay die meint ist auch gerade dicht ticker was denn hier los natürlich hochzeit ach so das sind alles autos von der hochzeit ich habe keine ahnung was der gerade zu mir gesagt hat aber irgendwas hat er gesagt ey wir kommen nirgendwo durch jetzt stecken wir hier fest natürlich scheiße verdammte scheiße auf eine ewige ehe und ich hoffe ihr bleibt für immer zusammen jetzt stecken wir hier in der hochzeit fest gut wie geht es dir ist hochzeit von dir von deinem schwager ist wieder frei zuzi ist wieder frei wir können fahren ach so ja geil oder ich war wieder weiter ja pass auf dich auf bruder so befreit aus der hochzeit in der besteck auf dem weg zum kompustator zur polizeistelle zur neuen polizeistelle wie auch immer ruhe ist links denn auch ja ja ok dann fahren wir links ich glaube wir dürfen hier gar nicht drin sein kann es sein ja wenn ich ein anwohner bin und aus der garage komme was dann ja stimmt wir können sogar rechts abbiegen ist das krass okay let's go let's go oder wir dürfen nicht okay er hat turn gezeigt scheiße verdammt egal ich bin trotzdem liegt da hin zu fahren überall menschen auf der straße wir finden trotzdem ein weg ich zeig dir sogar was für ein weg wo fahren wir denn jetzt hin rechts ich zeig dir den anderen weg wie wieder doch dahinten hinkommen da rein ja werden die irgendwie nur angeguckt habe ich ja naja ist halt auch irgendwie komisch hier mit motorrad durchzufahren weil eigentlich nur fußgänger da sind rechts nochmal rechts ich sag dir wir finden einen weg vertrau mir einfach auch gleich bestimmt gesperrt ihr von aus rechts oha komm mal her 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 du musst noch mal umdrehen die sind doch aus dokumentarischen gründen hier wenn du mir wenn du mir vertraust dann musst du noch mal umdrehen also komplett wenden ja jetzt fährst du ganz langsam und schaust mal rechts was da so passiert ist nur mal so nebenbei und warum sind wir hier auf dokumentarischen zweck das passiert wenn du dein auto in kreuzberg ja so weil buchisnacht heißt es oder wie heißt es wie heißt die nacht das passiert meine lieben freunde am ersten mai und manchmal an weil pokisnacht wenn du dein auto hier abstellt so madame jetzt kannst du noch mal umdrehen das war sehr interessant ich sag ja aus dokumentarischen gründen sind wir hier es macht wirklich spaß dauernd zu drehen so ist das wenn mein reporter ist wollen wir jetzt hier ernsthaft durchfahren naja es ist nicht abgesperrt also fahr ich hier lang ok ich wohne hier einfach deine wahnblinker an das ist mein visier runter war so unangenehm also ich sage euch ehrlich ich habe gedacht ich sehe hier leute die steine werfen und ich irgendwelche hipster die die ganze zeit alkohol trinken sowas hatte ich auch noch nie das was geht jungs das wäre so assi wenn man hier aufholen würde ne ja vielleicht sehen sie es nicht wenn ich mich ducke rot links wir jetzt hier halten eigentlich keine ahnung alter ich würde es eigentlich nicht machen ich halte mal einfach an guck mal da sind wir vorher nicht reingekommen und jetzt sind wir wirklich von der anderen seite wir haben wir haben wir haben wirklich bei rot gehalten wir haben grün links links hinten ist ja raus aus der menschenmenge alter oh gott aber ich fand es eigentlich ganz lustig die nächste machst du jetzt erstmal was macht sie denn da was passiert hier hey hey bulangi sorry rechts ich bin irgendwie auch froh dass es wieder raus geht ey ja das war echt ganz schön voll ist das hier der Oranienplatz? Nee. Nee. Ach du Scheiße. Ich bin verwirrt. Na, wir können eigentlich nur nach rechts. Also so schlimm kann es hier nicht sein, weil sie rennt hier mit Baby lang. Dann machen wir wieder eine Runde. Nochmal jetzt nach rechts? Ja. Oh Gott, Sozzi, ey. So funktioniert das Spielschritt, Sozzi. Okay, tamam. Und jetzt nochmal rechts rein? Nee, diesmal fahre ich gerade aus. So, Madame, hier rechts. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Es folgt nun Karma für folgenden Ausschnitt. Was denn? Die beiden Fahrerfahrer sind gerade zusammengefahren. Also, bumm. Hab mich gerade gefreut und ich hab mich glücklich gemacht. Ja, so wie wir manchmal. Du fährst mir auch manchmal fast rein. Zwei Stunden später. Eigentlich bist du da zum Oranienplatz, Sozzi, weil da die Demo endet. Weißt du, wo wir da lang müssen dafür? Äh, müsste ich nochmal nach... Alter, Sozzi, ey. Ja, was soll ich machen? Oh, fuck. Warum fährst du denn? Und nochmal aus Ogberts Sicht. Eigentlich bist du da zum Oranienplatz, Sozzi, weil da die Demo endet. Weißt du, wo wir da lang müssen dafür? Äh, müsste ich nochmal nach... Alter, Sozzi, ey. Ja, was soll ich machen? Oh, fuck. Ich dachte, du fährst los, Mann. Aber es kam ein Auto. Oh, fuck. Alter, Sozzi. Meine Hand tut weh. Ja, und mein Fuß tut weh. Oh, fuck. Meine Hand tut weh. Junge, ey. Es ist gut, dass ich meine Verkleidung bekomme. Bist du irgendwo raufgefallen? Es geht. Ey, es tut mir leid, ey. Kannst du so machen? Ja, ja, geht schon. Warum lachst du denn? Weil wir vorher noch sagen, dass ich dir immer fast reinfahre. Alter, mein Fuß tut mir leid. Ich habe mein Bike gefickt, glaube ich. Ich habe mich auch gefickt gerade. Bin ich hingefallen? Lag ich auf dem Boden? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo habe ich dich denn getroffen? Ja, ich habe dein Kennzeichen ein bisschen verbogen. Es tut mir leid. Oh, voll aus Metall bei mir. Oh, Zuzzi. Und, dass du da? Oh nein. Vielleicht zittert er noch voll gerade. Oh, Mann. Ist irgendwas kaputt an deinem Motorrad? Ich weiß es gerade nicht. Ich fühle mich gerade nicht gut. Ich auch nicht. Und weißt du, was das Dumme ist? Warum lachst du denn? Bist du bescheuert? Es gibt eigentlich gerade nichts zum Lachen. Scheiße, du hast irgendwas. Irgendwas läuft aus. Echt jetzt? Wahrscheinlich Kühlwasser, oder? Benzin. Echt jetzt? Oder Kühlwasser? Ich glaube, das ist Kühlwasser vom Umkippen, weil es ist ja nichts passiert. Ist ja auch Sturzpads bei mir. Wird Kühlwasser sein. Da bist du aber auf links gefallen, ne? Also, an sich habe ich echt überhaupt gar nichts, glaube ich. War das jetzt dein oder meine Schuld? Na, das ist eigentlich meine Schuld. Weißt du, wie das war? Ja, ich kenne es ja manchmal. Manchmal denkt man, der andere fährt und dann guckt man gar nicht und fährt einfach, weil du wahrscheinlich nach links geguckt hast. Ich dachte, du fährst los, weil ich nach links geguckt habe und es so eingeschätzt habe, dass ich locker rüberkomme. Und dann bin ich einfach losgefahren. Digga, und mir passiert eigentlich sowas nie. Oh Mann, ey. So, ich bin eigentlich so ein sicherer Fahrer, es war so ein sicherer Fehler von mir. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das kann echt nicht wahr sein, Alter. Ey, ich muss sagen, ich hatte echt Glück. Ja, schön. Ich hatte echt Glück. Ja, und ich auch, weil ich überall Sturzpads dran habe. Ja, dein Kennzeichen habe ich hier verbogen. Ja, das... Ne, hier. Ja, ja, passt schon, ist doch egal. Das? Aber ansonsten, ja, ich habe deine Verkleidung hier noch mitgenommen. Die ist hier oben kaputt gegangen ein bisschen. Ja, egal. Ansonsten... Aua. Hier, ansonsten hat dein Motorrad wirklich nichts. Ach, ich würde sagen, wir fahren einfach wieder nach Hause. Oder würdest du jetzt noch weiterfahren? Nee. Warum sagst du denn? Ist das lustig? Naja, die Vorstellung, wie das von außen aus gesehen haben muss. Schön, wa? Oh Mann, ne. Also eigentlich, das ist wirklich nicht witzig. Ist jetzt dein erster Unfall gewesen, wa? Ja. Das ist gut, weil man sagt, man legt sich immer mindestens einmal im Leben. Ja, mein Spiegel ist kaputt. Ich glaub's nicht, ey. Ich glaub's echt nicht. Ja, es tut mir leid, falls ich da irgendwas gemacht habe, sag, ich zahl dir das. Nein, Quatsch, alles gut, Tutsi. Das ist in Ordnung. Wo bist du denn rein, dass es jetzt so blut wird? Ey, das müssen wir mal desinfizieren eigentlich. Ich mein, ich zieh's jetzt wieder an. Was soll ich denn machen? Oder soll ich Luft kühlen? Eigentlich ja. Soll ich Luft kühlen? Ich würd's jetzt nicht da rein machen. Oder wir fragen hier mal, hier sind doch überall Krankenwagen, ob die mal was zum desinfizieren haben. Dann sagen wir, du bist irgendwie... Keine Ahnung, wir müssen jetzt nicht sagen, dass wir hier hingefallen sind. Oh, Tutsi, also das war jetzt aber echt wieder mir zu viel. Ich glaub, ich sollte aufhören mit Motorvlogs. Aber krass, ne? Tut dir irgendwas weh gerade noch? Ja, mein Knie noch. Aber viel? Aber es fühlt sich einfach, es fühlt sich nicht stümmern. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hingef... Es flutet schon echt stark, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich hingef... Komm, wir suchen dir mal was. Aber ich weiß genau, ich weiß genau, wie dir das passiert ist, was du meinst. Das ist mir nämlich auch schon, also nicht knapp passiert, aber auch schon teilweise ich dachte, oh, der ist ja noch gar nicht losgefahren. Also, ich verstehe die Situation. Aber du bist nicht hingefallen, wa? Nee. Du bist hingefallen, oder? Ja, ich glaub schon. Oder hast du einfach losgelassen? Nee. Ich bin, also, ich bin hingefallen, aber warum tut mir das denn hier weh? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe nichts Großes. Also, ich glaube, ich bin so halb hingefallen. Kannst du normal so machen? Ja, das fühlt sich halt nach diesem typischen blauen Fleck an. Ich dachte, mein Finger ist gebrochen, aber ist nicht. Also, ich denke nicht. Sonst könnte ich dich so nicht bewegen. Aber wie? Ach so, du bist hier irgendwie rein, wa? Nein, ich bin mit meiner Hand... Ich wollte ja hier vorbei. Ich glaube, ich bin an den Kennzeichen reingekommen. Ja, das kann sein. Aber es geht, sonst könntest du dich ja nicht bewegen. Ja, ja. Nee, da ist alles gut. Ey, ist meine Schuld. Ich geb's zu, ist meine Schuld. Nein, ach, ist doch nicht... Das ist ein Fehler, das ist ein dummer Fehler. Wir können froh sein, dass uns nichts passiert ist. Vielleicht, guck mal. Freunde, man muss alles positiv sehen. Auch wenn man das nicht positiv reden kann. Ich muss das so machen. Wenn das jetzt beispielsweise nicht passiert wäre, weil wir fahren jetzt wieder nach Hause, ich fahr jetzt nicht mehr rum, das reicht mir für heute. Ja. Vielleicht wäre uns ja eine Flasche entgegengekommen. Oder ein Stein. Oder irgendwas Schlimmes wäre passiert. Deswegen ist das jetzt Sinn der Sache, dass wir jetzt nach Hause fahren. Und das werden wir jetzt auch tun. Es läuft nichts weiter aus bei mir. Das war also nur Kühlwasser, alles easy, alles schön. Uns geht's ja jetzt erstmal gut so weit, ne? Ja, uns geht's gut. Ach, also das muss ich erstmal verarbeiten zu Hause, bin ich ehrlich. Geht das mit deiner Hand? Ja. Okay, also bei mir ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Noch mal Glück gehabt, wirklich. Ja komm, lass erstmal Richtung nach Hause fahren. Weißt du eigentlich, dass ich finde, dass das voll die süße romantische Kennenlern-Story wäre? Stell dir mal vor, wir würden uns nicht kennen. Du wärst mir so rein. Wär eigentlich schon süß, oder? Wer mich kennenlernen will, soll mir einfach reinfahren. Man tauscht so Nummern aus. So nach dem Motto, ich bin guter Fahrer, lass mal fahren. Willst du mal Sozia bei mir mitfahren? Fährt dein Motorrad noch halbwegs? Es fährt ganz normal. Scheiße, mein Lenker, mein Lenkrad ist schief. Echt jetzt? Ja, Mann. Dein Lenker? Mein Lenker ist schief. Es ist schief zu ziehen. Ich fahr gerade, aber mein Lenkrad ist rechts. Scheiße ey, ja mein Lenkrad ist schief. Fährt dein noch normal? Ja, bei mir ist alles gut. Aber du bist halt auch hinten bei mir rein, ne? Und es ist wie gesagt bei mir ja nur auf die Sturzpads gefallen. Das ergibt auch Sinn. Ähm, ich bin ja mit der rechten Seite. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich bin ja mit der rechten Seite in dein Heck hinten links herangeknallt. Das heißt, der Stoß kam von hier, bam, weißt du? Oh, mit der Hand dann auch noch ey. Und jetzt ist mein Lenkrad quasi genau in der Richtung. Ich glaube, den kann man ja einfach austauschen, ne? Oh Gott, zum Glück geht es uns gut ey. Also Freunde, denkt dran, Schutzkleidung ist immer sehr, sehr wichtig. Denkt an eure Schutzkleidung. Ja, tatsächlich. Da kommen sicherlich Kommentare wie, ja ist doch normal, wenn ihr keine Schutzkleidung habt, dass so eine Wunde entsteht. Ja, ist es halt. Ist es auch, ist es auch. Das ist meine Schuld. Die gebe ich ihr auch zu. Und jetzt muss ich es halt ertragen. Ist aber nichts Großes, es passt. Boah, es ist voll hier ey, heftig. Wahnsinn. Ey, ich will hier einfach nur noch weg. Ich will einfach auch nur nach Hause. Oh, du bist voll über die Glasscherbe gefahren. Ich? Ja, man. Hab ich nicht gesehen. Jetzt fehlt es nur noch, dass Steine fliegen. Ja, aber das ist ja hier echt eher der friedliche Teil. Was winkt ihr jetzt hier so? Also Freunde, es ist zwar, wie soll ich sagen, ich kann das Video jetzt nicht gut reden, aber es wäre schön, wenn ihr wenigstens einen Daumen nach oben da lassen würdet, damit ich mir von dem Geld, was aus dem Video rauskommt, mir einen neuen Lenker kaufen kann. Dann werde ich das Geld vom YouTube Video in einen neuen Lenker investieren. Ich glaube, es kostet auch nochmal gute 200 Euro. Ja, kommt hin. Autsch. Naja, ist jetzt passiert. Ist passiert. Das wäre eigentlich so ein typischer Nathalie-Move gewesen, oder? Eigentlich schon. Eigentlich hätte man sowas eher von mir erwartet. Vor allem ist es halt wirklich krass, weil wir das Video davor noch darüber geredet haben, wie oft ich hier schon fast reingefahren wäre. Oh, ich wäre fast reingefahren. Digga, das ist so ein Maibach, der so hüpfen kann. Ja, aber du kannst doch nicht einfach da nicht weiterfahren. Ey, man müsste so einen Zusammenschnitt mal machen, wie oft ich dir schon fast reingefahren wäre. Das war übrigens zwei Stunden vor dem Unfall. Ich habe zu große Töne rausgespuckt. Das habe ich jetzt davon. Das war meine Strafe. Ihr könnt sehen, vielleicht lernt ihr aus so einem dummen Fehler, dass ihr sowas nicht macht. Also lieber zweimal gucken, anstatt einfach loszufahren. Weil ich dachte wirklich, dass du fährst, weil da eine große Lücke war. Fand ich. Naja, so groß war die nicht. Ja, Zuzi, auf der Brücke verabschieden wir uns. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Genießt es. Bleibt unfallfrei. Ich weiß gar nicht, ob wir zu der Saison schon was gesagt haben. Ach, wir haben ja schon Mai. Naja, aber jetzt kommen ja die ersten wirklich warmen Tage. Fahrt vorsichtig. Denkt an die Straßen, es ist noch kalt. Tragt eure Schutzkleidung. Ja, genau. Ja, Freunde, ich sag nicht mehr viel dazu. Ihr bildet euch eure eigene Meinung. Es war dumm. Und mehr sag ich nicht dazu. Ich check jetzt erstmal, ob alles in Ordnung mit meinem Bike ist. Dann lass ich meine Hand mal verarzten. Also, bis dann. Pass auf euch auf. Tschüss. Knatter Crew, ab jetzt getrennte Wege.